Salamu alaikum und herzlich willkommen zum heutigen Infoabend. Das Thema heute ist die Weisheiten des islamischen Fastens, falls Sie den Flyer gelesen haben. Falls nicht, haben Sie die Möglichkeit dazu. Auf Ihrem Sitz lag unter anderem der Flyer aus. Der Inhalt, es soll grob darum gehen, ein Gefühl für eine gewisse innerislamische Perspektive zu bekommen. Speziell in der Zeit kurz vor Ramadan erleben wir Muslime natürlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive als die Betroffenen, wenn man es so möchte. Speziell in den Medien, aber auch im Kontakt mit Freunden. Die Frage nach der vermuteten Schändlichkeit oder Schädlichkeit, besser gesagt, des Fastens. Wie kann man so lange auf Essen und Trinken verzichten? Speziell jetzt im Sommer, wo wir so viele Stunden dann am Ende darauf verzichten oder zumindest die Muslime, die dazu in der Lage sind. Und dann eben die Perspektive, die viel zu kurz kommt, ist eben die innerislamische, mit welcher Hingabe sich dann viele der Muslime auf diese Zeit der Charakterreinigung freuen. Also, um es kurz zu fassen, ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie innerislamisch der Ramadan verstanden wird, wie er erlebt wird. Kurz zu dem Ablauf. Wir werden gleich den Vortrag von Herrn Johari hören zu dem Thema. Circa eine Stunde ist angesetzt für den Vortrag. Im Anschluss daran ist unten Kaffee und Kuchen vorbereitet. Da haben Sie dann die Möglichkeit, auch ins Gespräch unter anderem mit dem Referenten zu kommen. Nach diesem Vortrag, beziehungsweise nach Kaffee und Kuchen, treffen wir uns wieder hier oben und dann gibt es die Möglichkeit und Raum zur Diskussion. Fragen können gestellt werden, am besten zum Thema. Aber wenn Zeit sein sollte, natürlich auch darüber hinaus. Beginnen möchte ich mit ein paar Versen aus dem Koran. Naadah In der ungefährten Bedeutung lesen wir, O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben aus euch Völker und Stämme gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der geehrteste, der beste von euch bei Gott ist der gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Ja, mit diesen Versen möchte ich übergeben an unseren heutigen Referenten, Mohamed Yohari. Er hat seinen Master gemacht in Moschee-Management und arbeitet gerade und vertieft dieses Thema wissenschaftlich an der Vorbereitung zu seiner Doktorarbeit. Er möchte auch in diesem Bereich promovieren. Er wird mich jetzt gleich korrigieren, und ich habe das nicht ganz richtig zusammenbekommen. Mohamed Yohari. As-salamu alaykum. Der Friede sei mit Ihnen. Ich fand, die Einleitung an sich war schon sehr gut, inklusive der Koranlesung und hätte eigentlich vorgeschlagen, dass du gleich weitermachst. Du bist ja auch einigermaßen im Thema mit drin. Wärst du bereit dafür? Ich bin schon ein bisschen bereit. Okay. Der Studiengang, der hieß Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Noch sind wir in Deutschland nicht so weit, dass wir Moschee-Management gelehrt bekommen an Universitäten. Aber ich gebe uns noch zehn Jahre und dann sind wir auch so weit. Inshallah. So Gott will. Zum Thema die Weisheiten des muslimischen Fastens. Ich glaube, bevor wir über die Weisheiten des muslimischen Fastens sprechen können, müssen wir erst mal so eine negative Assoziation aus unseren Köpfen rausbekommen. Nämlich, dass das Fasten in irgendeiner Form eine Qual ist oder gesundheitsschädlich oder die Menschen überfordert und das gesellschaftliche Leben zum Stillstand bringt. Da möchte ich zuerst drauf eingehen, damit wir uns dann befreit von diesem Punkt den anderen Weisheiten und den Charakteristiken des Fastens im Islam widmen können. Tatsächlich ist das Fasten und das ist für mich so eine Art zusammenfassender Satz, ist eine Herausforderung, aber keine Überforderung. Es fordert also heraus, aber es sollte den Menschen nicht überfordern. In Bezug auf das Fasten in Deutschland in dem Jahr 2014 bedeutet das, dass die Vorgabe ist, dass wir am ersten Tag ganze 18 Stunden und 46 Minuten zu Fasten haben. Also am 28. Juni 18 Stunden und 46 Minuten. Und der letzte Ramadan-Tag würde für uns Frankfurter bedeuten 17 Stunden und 39 Minuten Fasten. Das ist erstmal eine große Herausforderung. Für diejenigen, für die es eine Überforderung bedeutet, diese sind auch von der Fastenpflicht ausgenommen. Das kann man sich einfach als Überregel festhalten. Das Fasten ist eine Herausforderung, in der Tat, ist nicht leicht, aber dort, wo es eine Überforderung wird, dort hat der Islam Erleichterungsregelungen einsetzen lassen. Und wir Muslime, wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass das Fasten eine gottesdienstliche Handlung bedeutet. Das heißt, wir tun das für Allah. Wir tun das nicht, damit die Menschen uns in irgendeiner Form dabei sehen, weil gerade beim Fasten ist es ja auch ziemlich schwierig. Stimmt's? Dass man anderen zeigt, dass man fastet. Höchstens kann man vorspielen in der Öffentlichkeit, dass man eben nicht öffentlich isst und trinkt, aber in Wirklichkeit weiß nur Allah, wer fastet und wer nicht fastet und wer fastet für Gott und wer vielleicht nur deswegen fastet, weil er sich nicht wie ein Heuchler vorkommen möchte, weil er heimlich ist, aber nach außen hin so tut, als ob er fastet. Und wenn wir Muslime das verinnerlicht haben, dann werden wir auch offen damit umgehen können, wenn wir eben nicht fasten können, das heißt, wenn wir überfordert sind und beispielsweise auf der Arbeit dann nicht die Möglichkeit haben, in irgendeiner Form heimlich zu essen, sondern dass wir dann auch zugeben, ja, ich bin beispielsweise Chirurg oder ja, ich bin Dachdecker oder Fahrer oder in welchem Beruf auch immer, habe nicht die Möglichkeit, mir Urlaub zu nehmen, habe nicht die Möglichkeit, meine Schicht zu wechseln, bin von dem Beruf und von dem Geld auch abhängig, darauf angewiesen. In dem Moment, wo er überfordert wird, durch seine Arbeit plus dem Fasten, plus seiner individuellen Beschaffenheit, in dem Moment braucht er also nicht mehr zu fasten, er holt diese Tage nach, wann er dann dazu imstande ist. Und im Winter ist übrigens ein ganz anderes Bild, im Winter fastet man in Frankfurt nicht mehr als 10,5 Stunden, also von 6.30 Uhr am Morgen circa bis 4.30 Uhr. Das heißt, wenn man jetzt im Sommer überfordert ist, dann würde man dann diese Tage so bald als möglich nachholen und dazu hat man ein Jahr Zeit, das heißt, man kann sich dann auch die günstigste Zeit aussuchen, welche dann im Winter liegen würde. Das ist ein schönes Glas, sieht fast aus wie eine Vase, ja, aber das Wasser schmeckt leicht daraus. Und was ich eben festgehalten habe, im Rahmen dessen, dass man überhaupt verpflichtet ist zu fasten, die Fastenpflicht setzt erst dann ein, wenn eine Person die Pubertät erreicht hat. Wenn ein Muslim die Pubertät erreicht hat, erst dann ist er verpflichtet zu fasten. Wenn er auf Reisen beispielsweise ist, besteht auch keine Pflicht zum Fasten. Wenn die Person krank ist, muss er oder sie auch nicht fasten. Wenn nicht Mann, sondern Frau schwanger ist oder ein Kind stillt, ja, hat auch diese Person die Wahl, dass man einfach den Tag nachholt bei günstigerer Gelegenheit. Für diejenigen, die chronisch krank sind und nicht auf Besserung hoffen können, beziehungsweise Menschen, die ins hohe Alter gekommen sind, sie speisen für jeden Tag, wenn sie das, wenn sie dies auch vermögen, speisen sie für jeden Tag, den sie nicht fasten können, einen Bedürftigen. Das heißt, das Fasten ist nur für bestimmte Gruppen eine Pflicht, also man muss die Pubertät erreicht haben und gesund sein als Hauptmerkmale, ohne jetzt mich wiederholen zu wollen. Und nur dann, wenn das Fasten eine Herausforderung ist und nicht, wenn es eine Überforderung ist. Und das haben bereits die klassischen Rechtsgelehrten vor Hunderten oder sogar vor über tausend Jahren festgehalten. Der hanifitische Rechtsgelehrte Ibn Humam hat festgehalten, dass die Erleichterungsregelung im arabischen Aruhsa in Bezug auf das Fasten der kranken Person deswegen einsetzt, um die Beschwerlichkeit abzuwenden und um zu verhindern, dass die Krankheit schlimmer wird. Das heißt, die kranke Person hat deswegen die Erleichterung bekommen, weil der Islam an sich Beschwerlichkeiten abwenden möchte und zum anderen, damit die Krankheit an sich nicht schlimmer wird. Und er hat ausdrücklich festgehalten, es hat nichts damit zu tun, dass der Kranke das Fasten an sich nicht begehen könnte. Das heißt, selbst wenn der Kranke dazu in der Lage wäre, selbst wenn der Kranke dazu in der Lage wäre zu fasten, trotzdem hat er diese Erleichterungsregelung einzig und allein aufgrund dessen, weil er krank ist und weil der Islam eben diese Beschwerlichkeit hinwegnehmen möchte, beziehungsweise nicht möchte, dass die Krankheit schlimmer wird. Einer der klassischen Rechtsgelehrten der Malekitischen Rechtsschule, Ibn al-Qasim, hat vor über tausend Jahren festgehalten, dass derjenige, der an starkem Durst leidet, das ist einfach ein überstarker Durst, der ihn da mitnimmt über den Tag, er hat das Recht, sein Fasten zu brechen, ohne dass er dafür einen Armen speisen müsste. Und in der Schalfiitischen Rechtsschule hat Imam al-Razali beispielsweise festgestellt, dass das Übermannen des Hungers und des Durstes, also wenn der Hunger so stark ist oder der Durst so stark ist, dass man damit wirklich überfordert ist, dass dies mit der Krankheit gleichgesetzt wird. Das heißt, dass man die Möglichkeit hat, diesen Fastentag nachzuholen. Und in der Hanbalitischen Rechtsschule ist auch vor vielen Jahrhunderten festgehalten worden über den Gelehrten Ibn Qudama, die gesunde Person, welche Erkrankungen aufgrund des Fastens befürchtet. Das heißt, die Person ist gesund, aber rechnet damit, krank zu werden durch das Fasten, sie bricht ihr Fasten wie die kranke Person. In Bezug auf das Berufsleben haben damals schon die Gelehrten festgehalten, Anna Farawi beispielsweise von der Malik-Kittischen Rechtsschule vor knapp 300 Jahren, dass die Stillamme, also die die Frau, die eingestellt wird, um ein Kind zu stillen, die ja auch diesen Job benötigt und ja auch Nahrung benötigt, um überhaupt ihrem Job nachgehen zu können, dass auch sie ihr Fasten brechen kann, damit sie, wie gesagt, ihrer Arbeit nachgehen kann. Und selbiges würde auch für den Bauern gelten, beziehungsweise für den Erntearbeiter, dass diese ihr Fasten brechen können und später nachholen können. Allerdings war er der Auffassung, dass man den Tag mit dem Fasten beginnen soll und dann, wenn man nicht mehr kann, erst dann essen darf. Aber auch das ist Gegenstand einer, also von anderen Auffassungen auch. Da sagen Gelehrte, wenn du schon eh weißt, dass du diesen Tag nicht wirst durchfasten können, dann brichst du dein Fasten, beziehungsweise fängst du erst gar nicht an zu fasten. Den Tag beginnst du erst gar nicht fastend. Starke Kopfschmerzen wurden beispielsweise auch vor über tausend Jahren festgehalten, die durch das Fasten bedingt sind, als ein Grund, dass man sein Fasten brechen darf. Also noch nicht mal eine eigentliche Krankheit an sich. Hier halten wir also fest, dass wenn es Muslime gibt, die übertreiben, dann übertreiben sie aufgrund ihrer persönlichen Wahl und diese persönliche Wahl ist in dem Sinne auch sündhaft, wie wir auch in den weiteren Überlieferungen auch gleich feststellen werden, da der Islam keine Überforderung für den Menschen wünscht, sondern lediglich, dass er herausgefordert wird. Und warum? Das werden wir auch dann gleich behandeln, aufgrund der vielen erzieherischen, bildenden Lektionen auch durch das Fasten. Ich darf anmerken, bin ja damals mehr als heute aber ein Basketballfan gewesen. Hakeem Olajuwon hat im Jahre 1995, im Monat Februar, der mit dem Ramadan einherging, wurde er zum besten Spieler der NBA gewählt. Die haben immer die Wahl zum Spieler des Monats und das als Fastender. Übrigens sagte Michael Jordan über Hakeem Olajuwon, dass er der beste Center der NBA seit jeher war. Das heißt, als Leistungssportler und für Basketball auch etwas anstrengender als Fußball, beim Fußball kann man mehr rumstehen als beim Basketball, als Leistungssportler hat er es geschafft, nicht nur seinem Beruf nachzugehen, sondern auch noch als Bester der gesamten NBA in diesem Monat abzuschneiden. Das heißt, oftmals ist es unser mangelndes Selbstbewusstsein, was wir haben, wenn wir schlecht über das Fasten denken, weil es irgendwie überfordernd sein sollte. Und dieses mangelnde Selbstbewusstsein wiederum gründet sich darauf, dass wir gar keine Erfahrung sammeln konnten, weil wir von vornherein sozusagen eine gewisse Abschreckung haben und meinen, nee, das geht doch gar nicht und ohne Wasser und erst recht würde das nicht möglich sein. Aber tatsächlich ist es etwas, was für gesunde Personen zumindest im Rahmen des Möglichen liegt. Professor Dr. Andreas Michalsen, das ist der Chefarzt einer Abteilung für Naturheilkunde und auch Inhaber der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, der Charité Universitätsmedizin in Berlin, er sagte in Bezug auf die gesundheitlichen möglichen Vorteile, Fasten kann bei manchen tatsächlich zu psychischen Zuständen führen, die man mit Euphorie, einem großen Glück, vergleichen kann. Nachgewiesen ist, dass Fastende Musik besser hören können und wir Muslime werden da sehr hellhörig, weil wir ja jeden Abend, zumindest in den Wintermonaten, ein Dreißigstel vom Koran vortragen, damit wir den gesamten Monat dann insgesamt den Koran vollständig nochmal im Gebet vortragen konnten. Musik besser hören können, sensitiver und angstfreier werden, Spannungen lösen sich und ein allgemeines Glücksgefühl stellt sich ein. Das heißt, wenn man das von der psychosomatischen Seite aus betrachtet, also wenn man davon ausgeht, dass der gesunde und erholte Geist ja auch einen positiven Effekt auf den Körper ausübt, dann würde hiermit feststehen, dass das Fasten eine auch positive Wirkung auf den Körper entfaltet, beziehungsweise entfalten kann, wenn man auch das Fasten richtig angeht. Weil eins müssen wir Muslime auch zugeben, dass unter uns so mancher ist, der in der Nacht, im Ramadan mehr isst und auch ungesundes ist, als er ansonsten in den elf Monaten gewöhnlicherweise über den Tag verteilt zu sich nimmt und das hat dann auch natürlich, natürlich hemmt so etwas dann auch die gesundheitsfördernde Wirkung des Fastens. Was auch schön ist, ich sage, dass es der Urlaub auch für Arme, ja, das Fasten geht mit so einem gewissen Tapetenwechsel einher. Der komplette Tagesablauf, der wird ja auf andere Füße gestellt. Das heißt, man hat einen anderen Essensrhythmus, damit einhergehend einen anderen Schlafrhythmus, einen anderen Arbeitsrhythmus auch, weil es dann manche Zustände gibt, da kann man eben nicht so aktiv sein. Und wiederum das andere Gefühl, dass man auf einmal sehr, sehr viel Energie verspürt, weil ja auch die, der Körper entlastet ist, weil er nicht zu verdauern hat. Und dieser Tapetenwechsel, diese komplette Umstellung ist wie eine, es ist wie ein Urlaub. Man sagt ja auch, dass die Abwechslung in der Arbeit wie ein Urlaub wirkt. Das heißt, man wird einmal im Jahr für einen ganzen Monat aus dieser Monotonie des Alltages auch rausgeholt. Kommen wir zu weiteren Charakteristiken des Ramadans, auch damit einhergehend, dass er herausfordert, aber nicht überfordert. Nicht nur ist es dem Muslim untersagt, zu essen und zu trinken, während des Tageslichts, auch ist es ihm untersagt, sexuellem nachzugehen, der sexuellen Intimität nachzugehen. Aber das ist wiederum in dem Maß eingestellt, dass es den Menschen nicht überfordert. Es wird beispielsweise vom Prophet Mohammed, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm überliefert, dass er auch seine Ehefrau zu küssen pflegte und nicht nur zu küssen pflegte, sondern so zu küssen pflegte, dass sie dabei, also dass sie danach lachte. Nicht nur irgendein Kuss, sondern ein wirklich guter Kuss. Und das als Fastende, das im Ramadan. Das heißt, der Islam versucht nicht irgendwelche Gefühle abzutöten und totale Gefühlskälte gegenüber dem Ehepartner zu predigen, sondern eine, ja, Zärtlichkeit, die jetzt nicht zu stark ins Sexuelle geht, ist durchaus vom Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, praktiziert worden. Auch hat der Islam Grenzen gesetzt, dass man nicht übertreibt, indem der Prophet, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, Mohammed, festlegte, dass man so spät wie möglich noch die Morgenmahlzeit, also bevor man mit dem Fasten zu beginnen hat, einnehmen möge, ja, so bis auf den letzten Moment, bis man den Gebetsruf quasi hört. Und dann auch, wenn man das Fasten brechen darf, wieder beginnen darf mit dem Essen, auch sofort anfangen soll mit dem Essen. Ja, das sind klare Überlieferungen von ihm, dass er dort nicht noch sozusagen zulassen wollte, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, wir haben schon den ganzen Tag gemacht und wir machen jetzt noch mal ein bisschen mehr und wir fangen sogar noch mal früher an mit dem nächsten Fastentag. Da sind wirklich klare Grenzen gesetzt, damit es eben nicht überfordert. Auch der menschliche Charakter oder mit der Natur des Menschen einhergehende Charakter des Fastens wird an der Begebenheit deutlich, dass derjenige, ja, das war so ein Präzedenzfall gewesen, der konnte sich nicht ganz kontrollieren. Ja, der wurde intim mit seiner Frau und er kam zum Prophet Mohammed und hat darüber gesprochen wollen, was man jetzt denn machen kann. Der hat also diesen Fehler begangen. Dann hieß es, ob er einen Kriegsgefangenen befreien kann. Er sagte, ich bin dazu nicht in der Lage. Er hat nicht das Vermögen dazu. Und dann wurde er gefragt, ob er 60 Tage, also zwei Monate, hätten jetzt auch 59 sein können, der Mond, Monat ist entweder 29 oder 30 Tage, ob er zwei Monate hintereinander fasten kann. Und da sagte der Mann, ja, ich habe noch nicht mal diesen Tag im Ramadan geschafft, ja, wie werde ich dann 60 Tage, ja, oder zwei Monate hintereinander fasten können. Das hat er also auch von sich gewiesen, ja. Und der Prophet, anstatt mit ihm so zu arbeiten, auf sein Gewissen, ihn hinzuweisen, an sein Gewissen zu appellieren, er ging zur nächsten Möglichkeit über. Er sagte, er kann zu 60 bedürftige Speisen. Man hätte ja auch sagen können, ja, Kraft genug hast du gehabt, um intim zu werden und jetzt willst du mir sagen, du hast nicht dieselbe Kraft, um dich zu enthalten, ja. Sondern nein, er ging zur nächsten Möglichkeit über, ob er 60 Bedürftige speisen könnte. Und er sagte, ich bin ein armer Mensch. Dann gab es erstmal eine Pause, ja. Jemand brachte einen Korb voller Datteln und dann sagte der Prophet, das ist jetzt deine Möglichkeit, eine Wiedergutmachung zu leisten. Du verteilst diese Datteln jetzt an die Armen und Bedürftigen in Medina. Und die Person sagte, es gibt niemand Ärmeren als mich und meine Familie in Medina. Und hier wird ganz deutlich, dass es dem Islam um eine Barmherzigkeit geht, um eine erzieherische Lektion geht, aber nicht um Quälen oder um unnötige Erschwernis. Weil der Prophet, er lachte, er lächelte und sagte, dann gib es deine Familie. Und das galt dann als Wiedergutmachungsleistung für seine Disziplinslosigkeit. Das heißt, der Islam im Allgemeinen und der Ramadan im Speziellen geht nicht mit Erschwernis einher. Gleichzeitig, was ist menschlich vergessen? Ist menschlich. Was ist mit demjenigen, der morgens beispielsweise aufsteht und zur Mineralwasserflasche greift oder isst und trinkt, ruhig auch sich den Bauch vollschlägt? Und dann fällt ihm ein, oh, heute haben wir einen Fastentag, ist ja eigentlich Ramadan. Muss er den Tag nachholen? Und da sagte der Prophet, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm. Nein, denn diese Person wurde von Gott gespeist und getränkt. Die Person hat nicht den Tag nachzuholen. Das heißt, der Mensch wird auch nicht überfordert und seine Vergesslichkeit wird auch mit Barmherzigkeit behandelt an der Stelle. Wieder etwas, was diesen Hauptsatz unterstützt, dass das Fasten herausfordert, aber nicht überfordert, sind die folgenden Begebenheiten. Eines Tages waren die Prophetengefährten auf einer Reise unterwegs und einige von ihnen haben sich dazu entschlossen zu fasten und andere haben sich dazu entschlossen, eben nicht zu fasten. Und keine Gruppe wurde in irgendeiner Form kritisiert, weil man ja als Fastender, als Reisender das Recht hat, auch sein Fasten auszusetzen. Bei einer anderen Gelegenheit aber hat der Gesandte Gottes gesehen, wie eine Person beschattet wurde. Also beschattet ist vielleicht das falsche Wort, also jetzt nicht, dass man ihm nachspionierte, sondern man spendete ihm Schatten. Und er sagte, was ist los mit ihm? Und ihm wurde gesagt, der Mann, der fastet. Und er sagte, es ist keine Tugend, auf der Reise zu fasten. Das heißt, für den Spezialfall, dass man sozusagen anderen Menschen einen Umstand bereitet oder sich selbst überfordert, dann ist das keine Tugend, auf einer Reise zu fasten. Und wiederum bei einer anderen Gelegenheit waren die Prophetengefährten, quasi die Jünger vom Propheten Mohammed, auf einer Reise unterwegs. Und die Fastenden, die haben sich immer ausgeruht und diejenigen, die gegessen haben, die haben sich um die Tiere gekümmert, das ganze Lager aufgebaut. Also die Arbeiten erledigt, die mit einer Reise ebenso einhergehen und gerade auch mit einer damaligen Reise. Und der Prophet sagte dazu, dass die Nichtfastenden an dem Tag den Lohn mitgenommen haben. Das heißt, dass sie höher gestellt waren als diejenigen, die gefastet haben. Warum? Weil die Fastenden praktisch sich ausruhten auf die Arbeit derjenigen, die sich zum Nichtfasten entschlossen hatten. Nochmal ein Zitat von einem klassischen Gelehrten, vor knapp 700 Jahren gesprochen. Ibn Temiya ist sein Name, möge er mit ihm zufrieden sein. Er erklärte auf, dass im Rahmen des Erlaubten das Nützlichere immer vorzuziehen ist. Das Nützlichere ist immer im Rahmen des Erlaubten vorzuziehen. Er sagte, es ist nötig zu wissen, dass Gottes, Allahs Zufriedenheit, nicht in der Qual der Seele besteht, sowie dieser Seele Mühsal aufzuladen, sodass man sagen könnte, dass je schwieriger eine Tat ist, desto besser diese ist. Das verneint er. Dies ist die Auffassung der Unwissenden. Er hat so eine Steigerungsform benutzt, Juhal. Dass der Lohn in allen Dingen mit der Höhe der Mühe steigt. Vielmehr ist der Lohn abhängig vom Grad des Nutzens und der Vorteilhaftigkeit der Tat. Kommen wir zum nächsten Hauptpunkt, nachdem wir festgestellt haben, dass der Ramadan, das Fasten im Islam etwas forderndes ist, aber nicht etwas überforderndes. Kommen wir zu den höheren Zielsetzungen vom muslimischen Fasten. Das Fasten ist eine Charakterschule. Es lehrt einen Demut. Zum einen, weil man merkt, dass man als Mensch oftmals deswegen vielleicht nur gut gelaunt ist oder anderen Menschen helfen möchte oder seiner Arbeit gut nachgehen kann, weil es einem gut geht. Weil man in einem gewissen Wohlstand lebt. Aber sobald man gefordert wird, sobald es härter wird, die Schraube angezogen wird, dann auf einmal sind wir nicht so geduldig, nicht so belastbar. Und dann merkt man, oh, ja, oh Herr, oh lieber Gott, ich spüre, dass mein Luxusleben außerhalb des Ramadans mir dazu verhilft, etwas leisten zu können. Aber sobald ich, ja, geprüft werde, so gut bin ich als Mensch gar nicht. Und wir kennen das alle als Fastende, wenn man so diese, wenn man so einen gewissen Frust zu kämpfen hat, mit so einer Überwindung zu kämpfen hat. Und das hält einem so etwas den, so, dies hält einem den Spiegel, ja, vor das eigene Gesicht, vor den eigenen Charakter, dass man eben doch nicht so belastbar ist, wie man vielleicht meint. Und direkt dazu sagt auch der Prophet, dass wenn man als Fastender in einen Streit verwickelt werden möchte, ja, von jemandem, der provoziert. Der Fastende soll sich davon fernhalten. Er soll sagen, ja, wiederholt sagen, ich faste, ich faste. Und dies auch im Zusammenhang mit seinen Worten, Gottes Frieden und Segen sein mit ihm, dass derjenige, der sich vom Streit fernhält, selbst wenn er im Recht ist, und es fällt uns allen schwer, ja, sowieso meinen wir alle, dass wir immer im Recht sind, aber unabhängig davon, wenn wir sogar sicher sind, wir sind im Recht, hat der Prophet gesagt, ich garantiere dieser Person das Paradies, wenn sie sich vom Streit fernhält, selbst wenn sie im Recht ist. Und auch das wird einem als Fastenden anerzogen, nämlich die Demut. Auch ist es so, und ich denke, das können Fastende aller Religionen auch bestätigen, dass das Fasten Dankbarkeit im Menschen erzieht. Weil man am Ende für den Schluck Wasser, den man erwartet, mehr dankbar ist, als für irgendeinen Multivitaminsaft an einem Nichtfastentag, weil man nämlich dafür hart kämpfen musste. Man musste sich das verdienen. Und so lehrt der Mensch auch praktisch die Lektion der Dankbarkeit. Und das ist auch das, was Allah verbindet als Zielsetzung im Kur'an mit dem Ramadan. Das heißt im Kur'an dazu. Er, Gott, Allah, möchte für euch die Erleichterung, er möchte für euch nicht die Erschwernis. Und das, wie gesagt, im Zusammenhang mit der Thematisierung des Ramadans im Kur'an. Und er will, dass er diese Anzahl vervollständigt. Das heißt, er will uns die nötigen Erleichterungen geben, dass wir es wirklich schaffen, den gesamten Monat auch zu fasten. Warum? Auf dass er die Größe Gottes rühmt. Die Größe Gottes rühmt. Weil wir diese Befähigung nicht auf uns selbst beziehen, sondern auf die Kraftverleihung Gottes. Dass er die Größe Gottes rühmt dafür, dass er euch recht geleitet hat und auf das ihr dankbar sein möget. Das ist eine große Zielsetzung im Ramadan, dass man, wie gesagt, sein Herz zur Dankbarkeit hin erzieht. Auch die Selbstbeherrschung und die Willensstärkung. Dadurch, dass man diesen Monat der Geduld, der Standhaftigkeit, der Zurückhaltung dem ursprünglich erlaubten Gegenüber aushält. Und so hat auch der Prophet Mohammed, Friede sein mit ihm und Allahs Segen, den Monat Ramadan genannt, den Monat der Geduld, der Standhaftigkeit. Ja, Assabr. Dadurch lernt der Mensch auch anderen Herausforderungen über das Jahr verteilt zu begegnen. Und dadurch wächst auch das Selbstbewusstsein, dass man sagen kann, ich habe jetzt aufgehört, ja, diese 17, 18 Stunden Wasser zu trinken. Warum soll ich dann auch nicht aufhören, Alkohol zu trinken? Wenn ich fähig bin, von einer an sich lebensnotwendigen Nahrung fern zu bleiben für eine gewisse Zeit, dann sollte ich auch recht fähig sein, von einer Sucht Abstand nehmen zu können. Das heißt, dieser starke Wille, der wird gestählt durch eine Herausforderung, durch eine gewisse Grenzerfahrung bzw. Grenzerweiterung. Weil ansonsten, wenn man jetzt nicht fastet und man hat beispielsweise das Frühstück sozusagen verschlafen, die Möglichkeit dazu zu frühstücken, hat man verschlafen. Da muss man sich schnell beeilen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Dann diese ersten drei, vier Stunden ohne Frühstück, die fallen uns sehr, sehr schwer. Die überfordern uns mehr, als wenn wir uns bereits darauf eingestellt haben, den Tag, weiß ich nicht, 16, 17, 18 Stunden zu fasten. Aber nachdem man einen ganzen Monat gefastet hat, ist es ein Spiel, weil diese Erinnerung noch frisch ist, dass man sagt, ja gut, ich habe im Ramadan 17, 18 Stunden gefastet, dann werde ich jetzt auch überleben, wenn ich mal mein Frühstück verschlafen habe oder ein Mittagessen aussetzen muss, weil ich einen anderen Termin wahrnehmen muss, etc. Die Charakterschulung wird auch in den Worten vom Propheten Mohammed, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, sehr, sehr deutlich, da er sagte, derjenige, der sich vor dem falschen Wort, vom falschen Wort und von der falschen Tat nichts zurückhält, von dem verlangt Allah auch nicht, dass er sich vom Essen und des Trinkens, vom Essen und vom Trinken zurückhält. Das heißt, auch wenn die Pflicht weiterhin besteht, dass man isst, dass man zu fasten hat, aber man hat nicht den wahren Sinn erfüllt, den Allah Ta'ala, Allah der Erhabene, mit dem Ramadan verbunden hat. Und so sagte er, der Gesandte Gottes, weiter, dass es so manch einen gibt, der fastet, der vom Fasten aber nichts weiter hat, außer Hunger und Durst. Und so manch einen gibt, der nachts betet, aber vom nächtlichen Gebet nichts hat, außer Schlaflosigkeit. Das heißt, diese beiden Aussprüche vom Propheten Mohammed, Allahs Segen und Frieden sei mit ihnen, zeigen sehr, sehr deutlich, dass das Fasten von uns mehr will, als einfach nur Abstand vom Essen und vom Trinken und von der Sexualität innerhalb der Ehe. Die außerhalb der Ehe ist sowieso verboten, als erklärenden Hinweis, dass man davon Abstand nimmt, sondern es geht darum, dass man seinen Charakter stehlt und veredelt. Was wiederum auch daran deutlich wird, dass derjenige, derjenige, der vielleicht zehn Stunden lang einen Fastentag Essens verbracht hatte, der hat es einfach nur vergessen, dass dieser trotzdem ja diesen Tag gut geschrieben bekommt für seine Absicht, die ja reingewesen war. Er hat es einfach vergessen, dass Ramadan gewesen ist und hat es nicht absichtlich begangen. Was der Ramadan eigentlich auch uns beibringt, ja, ist eine Lektion, die wir vielleicht ein bisschen schwieriger lernen, die Pünktlichkeit, den Umgang mit der Zeit, dass man weiß, bis zu dieser Minute darf ich essen, beziehungsweise ab dieser Minute darf ich wieder essen. Und es ist auch eine Lektion, die viele von uns, ja, man sagt es auch mehr den Orientalen nach, als dass man es den Deutschen nachsagt, aber ich finde, da gibt es mit der Zeit aber auch eine gute Angleichung, ja. Der Ramadan lehrt einen also, dass man auch auf die Minute acht gibt. Aufbauend auf der Charakterschulung tut die Gesellschaftsbildung, dass man eine Gesellschaft auch zusammenschweißt und bildet. Das heißt nicht nur, dass diese Charakterschulung etwas ist, was den Einzelnen allein einen Vorteil, einen Vorteil einbringt, sondern das ist auch etwas, was Vorteile für die gesamte Gesellschaft mit sich bringt. Und der Ramadan ist etwas, was auch Solidarität stiftet. Etwas, was eine Einheit unter den Menschen bewirkt. Allein, dass es ein gemeinsames Ritual ist, ja. Und viele muslimische Familien können das bestätigen. Im Ramadan ist es so, dass man zusammen frühstückt, also dieses Morgenmal einnimmt oder dieses nächtliche Mal einnimmt und zusammen auch das Fasten bricht. Das heißt, die Familien kommen viel, viel stärker zusammen als über das gesamte Jahr verteilt. Und diese Einheit wird auch dadurch betont, dass jemand, der beispielsweise aufgrund dessen, dass in einem Land, es gibt da nochmal verschiedene Auffassungen, wie das mit der Mondsichtung auszusehen hat oder ob der Ramadan auch berechnet werden kann. Und aufgrund dessen kommt es vor, dass man beispielsweise als Reisender in einem Land angefangen hat zu fasten, beispielsweise jetzt an einem Montag. Und in einem anderen Land wurde aber erst, wo man dann hingereist ist, am Dienstag angefangen zu fasten. Und die Mehrheit der Gelehrten hat festgesetzt, dass man für einen solchen Fall sich der Gemeinde anschließt. Das heißt, dass man dann auch 31 Tage fastet, beziehungsweise, dass man nur 28 Tage fastet, falls der umgekehrte Fall eingetreten ist, dass man praktisch später angefangen hat als die Gemeinde, dass man dann nur 28 Tage fastet und den 29. Tag eben nicht, sondern dann feiert und danach diesen fehlenden Fastentag auch nachholt. Das heißt, dass der Ramadan auch etwas tut für das soziale Miteinander. Übrigens, der von mir am Anfang zitierte Arzt vom Berliner Charité sagte auch, dass man das Fasten am besten in einer Gruppe vollziehen sollte. Ja, das ist auch nochmal so eine Empfehlung, die dies bestätigt. Auch, und dann kommen wir auch langsam zum Ende des Vortrags, auch ist es so, dass das Fasten dadurch, dass man eine eigene Grenzerfahrung durchmacht. Man erweitert eben diese Grenzen. Man verzichtet auf Wasser, man verzichtet auf Brot oder auf noch stärker ziehende Dinge wie beispielsweise den Kaffee. Das sind ja so Angewohnheiten, so eine gewisse Sucht, dass man sich davon befreit, dass man, das ist aber nicht so leicht, dass man das durch ein gewisses Leid, so ein Memmenleid, dass man so psychisch ein bisschen mitleidet, aber auch körperlich das durchmacht und nachfühlt. Das erzieht im Menschen Empathie, weil man ja selber dann meint, man spürt, okay, ich werde jetzt am Abend, so Gott will, so ich lebe, essen und trinken dürfen und wahrscheinlich auch nicht schlecht und nicht, also nicht schlecht essen dürfen, sondern wahrscheinlich hat Mama oder Papa oder irgendjemand gut für einen gekocht, weil man das ja auch so ein bisschen feierlich zelebriert dann, das Fasten brechen, aber was ist mit dem Armen? Was ist mit dem Bedürftigen? Was ist mit dem jenigen, der praktisch sein ganzes Leben lang in irgendeiner Form fastet, indem er in Armut lebt? Und diese Empathie, die wird wirklich, wirklich praktisch dann gebildet auch im Menschen, weil das, was der Mensch nicht nachempfinden kann, was er nicht nachfühlt, dann ist es auch schwierig, für ihn Verständnis aufzubringen. Und jeder Muslim, und ich glaube, da werden die Statistiken auch einem Recht geben, wir können mal Muslime helfen oder Islamic Uli fragen, also muslimische humanitäre Hilfseinrichtungen. Im Ramadan wird immer mehr gespendet, als außerhalb des Ramadans. Und es wird auch am Beispiel vom Propheten deutlich, der bekannterweise der großzügigste aller Menschen war und im Ramadan sich selbst übertraf. Das heißt, dieses Fasten geht auch mit einer größeren Großzügigkeit einher, gerade weil der Mensch verspürt, a, man kann damit weniger klarkommen, weil selten ist es so, dass man sich voll den Bauch, also den Bauch vollschlagen kann, weil der Magen das auch gar nicht erst akzeptiert. Ja, außer denen, die sozusagen ihren Magen dahin trainiert haben, aber es ist das falsche Training gewesen, ja. Man lernt mit weniger klar zu kommen und dass man ja mehr hat, was man dann auch auf der anderen Seite dann zu teilen hat. Und andererseits, man spürt, man spürt diesen Mangel und man empfindet dann auch mit, mit denjenigen, die diesen Mangel regelmäßiger haben und dann wird der Geldbeutel auch leichter geöffnet, als wenn man dieses gar nicht nachempfinden kann. Auch ist ja mit dem Ramadan verbunden das Ritual, dass man am Ende vom Ramadan den Bedürftigen ein Geschenk macht, indem man ihnen praktisch Nahrungsmittels Pakete zukommen lässt oder aber die Entsprechung in einem Geldbetrag. Ja, so damals zur Zeit vom Prophet Mohammed, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, war das so gewesen, dass man Hohlmaße an bestimmten Nahrungsmitteln an die Bedürftigen abgegeben hat. Das wurde für die heutige Zeit umgerechnet auf 2,5 Liter beispielsweise, also als Hohlmaß oder aber auch auf 2,6 Kilogramm an Gewichtseinheitern von Grundnahrungsmitteln, also wie Reis oder Kartoffeln etc. Das heißt, dass das Ende vom Ramadan damit einhergeht, dass man noch mal mehr an die Bedürftigen denkt, auch dass damit sie auch ein schönes Fest haben können. Und auch wurde das deutlich an dem Punkt, dass man ja versucht, falls man den Ramadan gebrochen hat aufgrund der eigenen Schwäche, dass man, wie gesagt, einen Kriegsgefangenen befreit oder aber, falls man nicht zwei Monate hintereinander fasten kann, dass man dann auch 60 Bedürftige zu speisen hat oder einen Bedürftigen 60 Mal. Gut, wir haben also gesagt, dass der Ramadan, das Fasten im Islam eine Charakterschulung ist und nicht nur eine Charakterschulung, die einzig und allein dem Fastenden zugute kommt, sondern auch etwas ist, was der Gesellschaft zugute kommt. Dass auch die Gesellschaft dadurch gebildet wird, zusammengehalten wird, verstärkt wird. Und ich finde, das wird am deutlichsten noch mal in dieser Überlieferung, wo es darum ging, dass diejenigen, die auf einer Reise nicht gefastet haben, aber sich auch nicht um die Reiseangelegenheiten gekümmert haben, dass es über diejenigen hieß, aus dem Munde des Propheten Mohammed, also aus Segenfriedensein mit ihm, dass die Arbeitenden den Lohn mitgenommen haben. Das heißt, dass die Fastenden praktisch den kleineren Lohn bei Gott nur mitnehmen konnten. Ich denke, als Muslim fehlt uns zu diesem Vortrag noch ein wichtiger Baustein. Wir haben jetzt viel über Charakterschulung gesprochen, über das gesellschaftliche gesprochen. Wir haben eine Einleitung gehabt, dass es darum geht, den Menschen zu fordern, zu fördern, aber eben nicht zu überfordern. Aber nun für mich der Höhepunkt, der Monat Ramadan bedeutet einen stärkeren Kontakt mit Gott, mit seinem Schöpfer. Warum? Weil aufbauend darauf, dass ja der gesamte Tagesablauf ein ganz anderer ist. Alles, was man sich in elf Monaten an Rhythmus aufgebaut hat, das wird komplett geändert. Das heißt, tagsüber übe ich Verzicht und normalerweise ist der Körper gewohnt, in der Nacht, während er schläft, Verzicht zu üben. Stimmt's? Dort isst er nicht, dort trinkt er nicht. Aber jetzt wird dieser Verzicht, der unbewusst erlebt wird im Schlaf, weshalb auch das Frühstück die wichtigste Mahlzeit ist, dieser Verzicht wird in den Tag reingeholt. Dass man das wirklich erlebt. Und das Leben steht ja nicht still. Man muss ja, wie gesagt, auch seinem Alltag nachgehen. Und umgekehrt, die Aktivität des Tages wird nochmal in die Nacht hinein verlagert. Warum? A, dass man, wie gesagt, isst und trinkt während der Nacht. Das heißt, man holt sich nochmal eine Mahlzeit vor der Zeit, wo man normalerweise aufsteht, weil man ja vor Sonnenaufgang nur die Mahlzeit einnehmen kann. Das heißt, allein durch das Essen hat man eine Aktivität mehr. Aber Muslime, sie füllen ja auch die Moscheen im Ramadan und das hat damit zu tun, dass der Prophet gesagt hat, Allahs Segen, Frieden sein mit ihm, dass derjenige, der den Monat Ramadan nachts im Gebet verbringt. Also jede Nacht ein extra Gebet sozusagen mit der Gemeinde zusammen verrichtet und das hoffend auf die Belohnung Allahs und mit Gewissheit auch. Ja, also mit der Gewissheit eines Gläubigen, der weiß, dass er einen Schöpfer hat und er weiß, dass dieser Schöpfer allmächtig ist und er weiß, dass dieser Schöpfer seine Barmherzigkeit verkündet hat, dass er eben den Ramadan belohnt. Das heißt, hoffend auf diese Belohnung und mit Gewissheit in Bezug auf die Wahrheit dieser religiösen Realität, wer so die Nächte verbringt im Gebet, dem werden alle seine Sünden vergeben. Das heißt, man hat den Tag durch die Änderung vom Ablauf, man wird ständig wieder an Gott erinnert. Warum isst man nicht? Wegen Gott. Warum fühlt man sich jetzt gerade müde? Wegen Gott. Warum plant man jetzt am Abend in die Moschee zu gehen und warum geht man dann am Abend in die Moschee und betet dort? Alles für Allah. Das heißt, dieser Kontakt, dieses Bewusstsein ist um ein Vielfaches stärker im Ramadan. Und so ist es auch im Koran festgehalten. Allah sagte im Koran, O ihr Gläubigen, das Fasten ist euch vorgeschrieben worden, wie es auch denjenigen vorgeschrieben war, die vor euch gewesen sind, also die Anhänger der vorherigen Propheten, Jesus und Moses, der Friede Allahs und sein Segen sein mit allen Propheten. So ist auch der Muslim vorgeschrieben und warum? Auf das ihr Gottes ehrfurchtig werden mögt. Das heißt, dieses Bewusstsein, diese Ehrfurcht Gott gegenüber, die wird durch den Ramadan gefördert und von Allah auch direkt gefordert. Dazu hat er diesen Lebensrhythmus umstellenden Monat uns zur Pflicht gemacht. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet. Ich gucke zum ersten Mal auf die Uhr. Wir haben vielleicht ist es ja so, dass wir, weil wir viel vom Essen geredet haben und vom Trinken geredet haben, dass wir erstmal eine kleine Erholung uns gönnen können. Ich glaube, unten ist etwas vorbereitet. Stimmt das? Genau. Dann würde ich vorschlagen, dass Sie die muslimische Gastfreundlichkeit testen. Wäre das in Ordnung? Und dann, dass wir danach nochmal hochkommen für weitere Fragen. Wie gesagt, mir wäre es heute ein Anliegen, dass wir in diesem Thema bleiben, in Bezug auf das Fasten und ruhig auch mit praktischen Beispielen, ja, damit wir, wie gesagt, das Thema voll ausgeschöpft haben. Ja, vielen Dank an unseren Referenten, Herrn Juhari. Ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, es sind einige bekannte Gesichter hier, den einfach folgen dann hier raus. Die meisten, habe ich gesehen, sind auch über diesen Eingang hier reingekommen, haben den Weg hier reingefunden, hier raus und dann links, dann stoßt die auf eine Rampe, die führt runter in den Restaurantbereich, in den Essensbereich und dort ist das Essen vorbereitet. Genau. In dem Sinne, bis gleich. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht in 20 Minuten uns wieder hier oben treffen. Das kann man sich ganz leicht merken. Also 20 nach, denke ich, sollte reichen. Ja, wir werden aber nicht zu streng sein. Wer jetzt fünf Minuten später kommt, der ist auch herzlich willkommen. Der hat den Kuchen ja dann schon gehabt. Genau. Genau. Vielen Dank.